Ja, wird bestimmt lustig. Oh Mann, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet. Okay, los geht's. Oh, du bist Spongebob. Oh, ich bin Patrick. Ich bin eine fette Missgeburt. Wie geil du einfach aussiehst. Geil. Bei dir ist die Hand voll im Beg. Da kommt Kumpel. Nein, ich sterbe. Da kommt Kumpelblase. Bei dir ist eine Hand im Beg. Okay, also deine Hand ist übelst fett. Ich weiß, ich kann die Waffe schon nicht mehr sehen. Die steckt in der Hand. Wie kommt man auf so eine dämliche Idee, ganz ehrlich. Da muss man doch gesoffen haben. Und es gibt hier übrigens so Krabbenpunkte oder irgendwie so Spezialmünzen. Nein, ich bin schon down. Ich habe die Viecher gar nicht gesehen. Gar durch meine Hände. Ich habe gar nichts gesehen. Oh Gott, die Viecher. Siehst du auch schlecht. Ach, was? Der legt sich einfach hin. Der legt sich einfach hin und reibt sich so im Kopf rum mit zwei... Oh mein Gott. Junge, das kommt auf jeden Fall auf den Zweitkanal. Auf jeden Fall. Das muss nach oben. Ich glaube, später sind genug Zombies für beide da. Aber irgendwie fangen wir gerade ohne richtige Punkte an. Das kann schwer werden. Vor allen Dingen, was ist Gun Game denn eigentlich für ein Modus? Und wenn man hier gegeneinander spielt, dann dürfte es Quick Revive doch gar nicht geben. Du kannst das, glaube ich, gar nicht kaufen, oder? Doch, das steht doch da, für 1500, so wie immer. Keine Ahnung. Beratinator. Echtes? Ja. Ist doch eine Dreischusswaffe. Nein. Alles klar. Invisibility, okay. Invisibility. Kannst du mich sehen? Nö. Hallo, hallo, hallo. Bleib mal stehen. Wie das aussieht, wenn du rinnst. Ich will es gar nicht sehen. Was? Und du bist genauso schlimm. Hinter hast du so ein Fleck, das sieht aus wie dein Herzlitz. Iiii, ich weiß nicht. Ach ja, übrigens, Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. Ich habe eine Skorpion. Ja, ich auch. Nein, ich habe doch gesagt... Nein, es kommen Planktons. Planktons kommen. Ich habe doch gesagt Juggerknock. Es kommen Planktons. Was mache ich denn gegen die am besten? Ja, abknallen. Einfach schnell drüber rennen, weil das ging manchmal. Echt? Ja, dann sind sie... Keine Ahnung. Aber nicht immer. Ja, das bringt ja kaum was. Ja, du musst einfach mal versuchen... Machen die genauso viel Schaden wie normale Zombies? Es kann sein, also... Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Mann, ich treffe die Viecher nicht. Du solltest versuchen, irgendwie so Rape Trains zu laufen und die irgendwie plattlatschen. Das geht ganz gut eigentlich. Oder irgendwie dann... Du musst dich hinlegen. Wieso? Dann drehst du sie. Oh Gott. Die Kist ist ja immer noch hier. Hä? Was machen die ganzen Viecher hier? Hä? Die Kist ist genau die Textur wie... Und da hängt ein Haken. Der geht nach oben. Wie geil. Was alles hier mit reingenommen wurde, ne? Das ist der Hammer. Das war meine Lieblingsfolge. Geh nicht auf den Haken. Die Haken, die Haken. Hier was für die Atemfrische. Die Haken. Die Haken. Kennst du? Schreck mich. Seit wann bist du hier? Weil man steht da so ein Patrick hinter dir. Ihr Accuracy was not vernünftig. Ja, dann komm mal mit Psynex. Oma, lass dich drücken. Ne. Was? Ja. Wo ist denn Chuck? Please help me kill all the bubble buddies. Ach so, Kumpelblasen. Near my house. I'll pay you. I'll pay you. Okay. Oh mein Gott, ist die Waffe geil. Ja, ich hatte die auch gerade... Nein, nein, lass mich los. Ich bin gerade gestorben. Ach, du auch? Weil ich sie nicht gesehen habe. Jetzt habe ich die Scorpion. Was ist denn Painkiller? Hä? Warte so. Ja, Unverwundbarkeit. Da hinten ist er. Was denn? Ich habe es da hinten. Wir müssen zu Mr. Krabs durch. Kannst du aufkaufen? Warte, wie war es kostet? 1.500, ja. Klar. Nein, jetzt kann ich es mir... Ja, musst du bezahlen. Tja, wir konnten es uns beide nicht holen. Ist doch schon mal ein Vorteil. Aber ich... Gleich. Ah, ah. Geh mal hier hin. Und dann sag mal Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Ach nee, stimmt. Du bist ja Spongebob. Das war Thaddeus. Ich will gar nicht wissen, wie man als Thaddeus spielt. Oder es gibt ja insgesamt... Bisher habe ich nur Patrick gesehen eigentlich, als ich alleine gespielt habe. Echt? Sandy gibt es auch? Ja. Die hat dann wahrscheinlich auch so dicke... Ey, das geht gar nicht mit diesen Armen. Thaddeus sieht so lustig aus, wenn er rennt. Ja. Aber guck mal, der will vereinen, will der 500 haben. Ist das nicht ein geldgeiler Spaß? Moment. Der hat... Nein. Moment mal. Das ist unheimlich. Das ist wirklich unheimlich. Der hat... Also ein Burger... Ein Krabbenburger hat ja, glaube ich, normalerweise drei Gürkchen, ne? Ja. Und der hatte... Ne, zwei. Ja, ja doch. Ja, aber am Ende hatte der nur eine Gurke unter der Zunge. Wo hat der die andere denn dann hingesteckt? Boi. Was glaubst du, warum der so einen dicken Hintern hat? Steck dir mal die Gurken rein. Oho. Oh, Mann. Oh, Mann. Blubber Bernd. Das ist der größte Spaß zu bauen. Oder mit den... Mit diesen einen, wo der... Mit den Spikes da in der Augen gestiegen ist. Oder ein Pullover mit Liebe in jeder Masche. Stimmt's, Oma? Stimmt's, Oma? Oh, Moment. Opfer. Kennst du She-Go von Kim Possible? Die hat doch auch immer so ein grünes Feuer oder was auch immer, die da an ihren Händen hat. So sah das gerade voll aus. Ding. Was? Nein. Ich hab gerade... Was zur Hölle war das? Du hast dich selbst degradiert. Tja, kommt davon. Ja gut, das... Ich muss ehrlich sagen, ich hab das schon öfters mal gespielt. Gun Game. Aber ich hab dieses Degradation noch nie gesehen.